Hallo Welt da draußen und willkommen zurück zu einem neuen Video zu Assassin's Creed. Das nächste Teil vom Tarneset ist gefunden. Wir befinden uns nach wie vor hier unten in Winchester. Nämlich hier beim Domizil des Bischofs. Und wir gehen jetzt hier wie folgt vor. Als erstes machen wir den da weg. Und dann zentren wir einmal hier hoch. Wir müssen noch einsammeln. Das schieben wir zur Seite. Und dann gießen wir von hier den Riegel weg. Und dann sind wir auch schon hier drin. Eines der leichteren Sachen, die zu bekommen sind. So, und wie sieht das Teil aus? Halt, falsch. Ja. Oh, gar nicht so übel. Gar nicht übel. Hat was. Ja, wenn es euch geholfen hat. Wenn es euch gefallen hat. Dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wie immer, wenn ihr möchtet, lasst ein Abo da. Und guckt auch bei mir vorbei auf Twitch. Neozockt 8.5 über Montag, Mittwoch und Freitag 19.30 Uhr. Vielen Dank.